Hey Leute, ganz kurz vorab, ich werde hier wahrscheinlich einen Clickbait-Titel reinmachen und das tut mir leid, aber ich will einfach, dass es viele Leute sehen, also zumindest meine Abonnenten. Und zwar, ich bin sehr dankbar für 56 Abonnenten und ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass ich nicht so oft Videos bringe, beziehungsweise momentan überhaupt nicht. Und ihr seht hier gerade, ich nehme mit meinem Handy auf, deswegen alles, ja, ein bisschen komisch. Aber ich wollte jetzt hier keinen Black Screen hinterlegen oder so, weil ich habe einfach irgendwie gelöscht und ich habe zu wenig gearbeitet, um das wieder raufzuholen. Deswegen mache ich es jetzt einfach so schnell und ich wollte euch nur schnell sagen, dass ich halt momentan ziemlich viel mit der Schule zu tun habe, wie irgendwie immer. Aber ich, also es ist so, ich habe, mein Zeugnis war richtig scheiße, mein Halbjahreszeugnis. Und ich muss mich jetzt halt richtig anstrengen, um irgendwie, also ich habe so ein Zwischenzeugnis bekommen und jetzt so in ein paar Tagen kriegen wir das neue Zeugnis, also das normale Zeugnis. Ich kann mich schon drauf befasst machen, dass es scheiße sein wird. Und deswegen wollte ich euch nur schnell sagen, dass ich jetzt erstmal keine Videos bringen werde, beziehungsweise jetzt erstmal, also ich werde spätestens wieder, wahrscheinlich in den Sommerferien und frühestens in einem Monat wieder Videos machen, weil erstens Mikrofon kaputt und Headset kaputt und mit iPhone-Kopfhörern hört sich scheiße an und deswegen, ja, also ich werde da irgendwie einen Clickbait-Titel runterschmeißen, irgendwie, meine Mutter ist gestorben oder sowas, nein, aber irgendwas, irgendeinen kleinen Clickbait, damit ihr wisst, dass ich einfach momentan keine Videos bringe. Und, ja, also ihr wisst schon, mein Zeugnis ist scheiße und deswegen, wenn jetzt erstmal keine Videos kommen, ich will jetzt nicht so lange labern. Leute, haut da rein, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Naja, gut, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Und, Leute, wenn ihr das seht, also zum Beispiel Max oder Jul oder so, ich habe momentan ein bisschen mehr Zeit, aber nur momentan, weil momentan steht auch nichts an und ich bin halt krank, also ich habe irgendwas am Bein, aber naja, egal, ist egal. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut da rein und ciao, ciao!